Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Max und Moritz spielen ihre Streiche. Nicht nur auf Papier, sondern jetzt auch in der Stadthalle Parchim. Das MLT Parchim hat es geschafft, die beiden Lausbuben urkomisch, niedlich und vor allem in einer großen Ähnlichkeit zur Buchvorlage zu inszenieren. Liebevolle Kostüme, lustiger Slapstick-Humor und eine Menge Spaß für Groß und Klein am Sonntag, dem 22. Februar um 16 Uhr im Großen Saal der Stadthalle Parchim. Entdecken Sie klassische Musik und Schauspiel neu. Möglich macht das die Reihe Carte Blanche für die HMT. Diesmal am 19.02. gastiert das Trio Fuchs mit Julian Fuchs am Piano, Henning Schiever am Kontrabass und Simon Wupper am Schlagwerk. Sie spielen Werke von Duke Ellington, Herbie Hancock und eigene Kompositionen. Sie dürfen sich also freuen auf feinste Musik von noch Musikstudenten, die alle aber sicherlich eine erfolgreiche musikalische Zukunft haben werden. Im Grand Hotel Heiligendamm. Marion Brasch hat schon viel in ihrem Leben miterlebt. Ihr Vater? Stellvertretender Kulturminister der DDR. Ihr Bruder? Erfolgreicher Dichter. Die Ereignisse haben sich in ihrem Leben überschlagen. Doch ab jetzt ist Ruhe. So heißt ihr Buch, aus dem sie im Kunstmuseum Ahrenshoop am 19. Februar lesen wird. Pferde und vor allem ihre Reiter müssen sich beweisen im Vielseitigkeitsreiten. Top-Athleten und Top-Tiere fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt sein. Vom 20. bis zum 22. Februar auf dem Landgestüt Redefien. Seien Sie dabei. Alles klar, Brot taucht ab. Kürzlich untersuchten Wissenschaftler den Meeresgrund und stießen auf ein Geräusch, das noch nie ein Mensch zuvor gehört hatte. Oh nein, mach das, das aufhört, Cramps, bitte! Von Paramount Animation und Nickelodeon Movies. David Krattenberger! Fick! Die Krabbenberger-Geheimformel, sie ist weg! Ohne sie droht uns ein völliger gesellschaftlicher Zusammenbruch. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Wir kommen beim Weltuntergang. Hoffentlich mögt ihr Nieder. Um Ihre Welt zu retten... Ich rieche Krabbenberger von da drüben! Die Oberfläche! Na gut, alle Nebendarsteller kommen jetzt mal mit. Müssen Sie... ...in unsere kommen. Wo sind wir denn hier gelandet? Der sieht schlau aus mit seinen fünf Köpfen. Vielleicht weiß er's. Zuckerwarte! Wenn ihr das alles esst, könnt ihr um die ganze Welt rennen. So viel Energie habt ihr! Wann hört der Zucker auf zu wirken? 2015 Krabbenberger! Was machst du denn da mit meiner Formel? Du meinst... ...meine Formel! Das passiert schon mal, wenn ich nervös bin. Ange! Ein Super-Schurke lässt sich nur aufhalten. Machen wir ihn platt! Indem man zum Super-Helden wird. Seht mich an, ich bin ein Gott! Was ist das für ein teuflisches Teil? Spongebob! Patrick! Spricht mit mir, Kumpel! Ich sehe ein helles Licht. Ist das besser so? Viel, Dankeschön. Spongebob Schwammkorb 3D Machen wird am besten kalt serviert. Vielleicht hätten wir dir noch eine bessere Superkraft aussuchen sollen. Die Kulturtipps werden präsentiert von der allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Gistropa-Himmund-Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.